So, Freunde des gepflegten Unboxings, wir sind hier mit Dröugs der kleinen geilen Sau. Guten Morgen! So klein bist du gar nicht? Wie groß bist du? 1,1,76. Dröugs der kleinen geilen Sau? Erstmal gemobbt, wow! So klein bist du nicht, wie groß bist du? So gut! Wie groß bist du? Ich? Ich bin 1,60? Ja! Heat ist doch hoch bis 1,76 oder so. Heat ist fast genauso groß wie ich. Ich weiß nicht, ob er nur ein Stückchen kleiner ist. Also stellen wir uns in eine Reihe aus Sabrina, dann Heat, der an Tröugs und dann ich. Schönes. Dann machen wir nebenbei hier die Booster auf. Ich glaube, Heat ist fast genauso groß wie ich. Heat war auch echt klein, das stimmt. Da hat sich nicht viel genommen. Es gibt immer das Bedürfnis, ihn zu streicheln. Ach du bist raus. Ach du bist raus. So. Wir können ja, wenn der hier ist mal so, wenn der öfter mal vorbeikommen sollte, diesen Strich am Türrahmen machen. Genau, genau. Der kommt nie wieder zu euch, glaube ich. So. Wir fangen jetzt an hier. Heavy Ball. Woobat. Swoobat. Swoobat. Mein Gott. Burning Energy. Pansir. Mauti. Nebulak. Kann keiner aussprechen. Mecha. 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 Mechu. mal kurz erklären, falls ihr das nicht wisst, ich spiele ja schon Pokémon seit Jahrzehnten, fast, also ja, kann man schon sagen, seit Jahrzehnten, und wo dann damals XY rauskam, wurde erst mal bloß Glurak Y vorgestellt, und niemand wusste, dass es Glurak Y und X gibt, es war einfach bloß Megaglurak, und da kam halt Pokémon Origins raus, und zum Schluss kriegt der Typ dann halt so einen Megastein, und da gab's Pokémon hier Glurak X zu sehen, und das war dann schon geil. War erst noch ein bisschen überraschend, weil das wir machen uns aus als das normale. Ja. Alle waren erst mal überfordert. Aber das war schon geil. So, Tuska, Snubbull, Tragosso, Magnetillo, Pikachu, ein Breviary, Revolus... Ist das Revolus? Das ist Revolus, ja. Ja, guckst du hier. Ja. Ja, Revolus, ja. Da ist doch spannend. Und ein Noctu als normaler Revolus. Puh. Trox, Trox wollte ich jetzt jedes Mal, wenn keine X dabei ist. Ja. Ja. Wenn nicht, dann zählt das andere Display als Beta gegen Trox. Aber Trox ist schon mit dabei beim Aufmachen. Da. Da teile ich das nächste. Verdammt. 1, 2, 3. Übrigens, muss ich schon auf Drugs-Kanal gucken. DPL-Kämpfe, Buy-Ins, Boost-Openings. Alles. Was machst du noch? Pokémon Game hast du gespielt, hab ich gesehen. Kolosseum. Kolosseum. Genau. Eine Wedlock mit Lauris. Genau. Wondertrade mit dem André. 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 Wondertrade mit mir. Ja, momentan ein bisschen schwierig. Es ist echt super. Das wird schon irgendwann. Aber es kommt wieder. Es ist ja kein festes Format, dass es immer kommen muss. Aber es ist halt so... Das ist so ein schönes Feature am Ende der Woche. Genau. Ach, Sonntag, Wondertrade. Der hat einen Bock. Und... Ja. Genau. Aber es ist doch gegenseitig. Ich will angewirrt. Ich will angewirrt. So. Pinsir. Paras. Ne, Pansir heißt das. Paras. Rals als Rose. Und ein Halucha als Rare. Na, momentan. Ist nicht so, ne? Ziemlich durfte ich, ne? Ziemlich durfte ich momentan. Vielleicht hab ich ja wirklich die ganzen... Ex bei mir drin. Ich glaube, ich hätte dir die ganze Zeit von den Schlichen System gegeben. Ich möchte reklamieren. Du meinst, wie bei mir das eh ne Mal. 5 EX im 8. Video. Bei dir dann 5 EX im letzten, oder was? Nein. Bitte nicht. So, Assort West. Fühlt das übrigens auch im TCG. Rikeston. Pillswine. Gibt's jetzt echt im TCG? Ja. Sag bloß. Uns fehlt mal Moodle immer noch. Hippopotas. Das ist kein Moodle? Ne, bis jetzt noch nicht. Äh, Tragosso. Kann keiner aussprechen. Oh, wir haben das erste Mal, dass wir das Vieh haben. Äh? Na klar. Wir haben das erste Mal jetzt. Wir pflanzen einfachen. Ja, in dem Display. Ja, in dem Display. Na klar. Dann sprich auch die letzte Stufe von dem. Ja. Magdithilo. Oh, ein Reverse. Rare. Oh. Das ist mit der Cheater. Und ein Holo. Tonupto. Oi, 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 oi. Jetzt ein Holo-Tonupto und ein Holo-Empolion. Ne, Quatsch. Impargator wär's gar nicht. Aber wir sind ganz zueinander. Ne, Empolion war das. Impargator wär das. Impargator, genau. Was ist das? Ich hab nämlich eins letztens beim Karten-Einsortien gesehen. Oh. Hm. Hm. Das mach ich nämlich derzeit, weil wir sehr, sehr viele Karten haben. Sehr, sehr viele Karten. Äh, Swubat. Voller Energie. Scharfax. Scharfax, genau. Äh, genau. Sodamak. Sodamak. Voller Energie. Reines Holz, du. Love is in the air. Dodo. Stamdu. Äh, Nebulak. Eine Reverse. Nicht Rare. Äh, Plibrin. Und ein Phlogis als normal Rare. Hm. Vier Booster hast du noch, ne? Ja. Hm. Genau. Kann das jetzt bitte noch so weitergehen? Nein. Ach komm, das wär echt W-E-Export. Ein ganzes Display ist echt mies. Na, ich hab doch hier noch neun. Nein. Der Rest ist bei W-E-Export. Nein. Nein. Schon aus Prinzip nicht. Ich will das nicht. Dann gewinnt lieber der Droid. Genau. So. Killia. Stormy. Seaking. Also Gold King. Genau. Dragosso. In Massen haben wir Dragosso jetzt schon. Hm. King Kay. Chespin. Reverse. Wiggy. Mag. Hm. Und? Eine Glali-Ex die wir auch schon haben. Toll. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Wir brauchen nicht das. Wir brauchen das mega. Komm. Mega Glali-Ex brauchen wir. Auch ein starkes Pokémon. Hä? Auch ein starkes Pokémon. Mega 490. Ja. Habe ich noch bis jetzt auch noch nicht gespielt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Manche Megas habe ich bis jetzt noch gar nicht großes getestet. Vielleicht im Stream? Ja, ja. Demnächst. Oh. Hauptsache kein Chirachi. Hahaha. Ich fand die ist immer noch böse. Mann habe ich die weggekocht damit. War schon ohne. Nur mit Anlauf. Einfach so. Haha. So. Gladi-Spirit-Link. Skryla. 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 Das ist egal. Brokey. Thor. Jaspin. Jaspin. Hahaha. Oh Spoiler. Uiuiuiui. Rufflet. Ein Reverse. Rare, ne? Nein. Eine Reverse. Wohin genau. Und eine Rare Eistüte. Irgendwas. Irgendwas mit Gelatine. Kann der mal nachgucken. Genau. Trox und Wanderl Pogrex. So. Trox und Wanderl Pogrex. Eis, Eis und 2 Eis. Ach so. Also kleines Eis, großes Eis und 2 Eis. Genau. Ah ok. Floatstone. Sharfax. Heavy Ball. Handyball. 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 Die hab ich, oh ja. Rhymen. Ja gut, hab zwei, ich gebe dazu. Pliplup. Pipplup. Pipplup. Mein Gott, lass mich in Ruhe. No Bad. Reverse. Gelatini. Ja. Passt also drauf. Mega. Hau und Doom. Nein. Die Ex. Fuller Obst. Schapse. Ah, Mann. Na komm. Alter, ist die geil. Die sieht edel aus. Sichtig. Nein. Ich wär jetzt noch mega kleine Vlog 4. Erstmal Mewtwo EX rausziehen, aus der Hülle zerreißen und die rein. Aber da gibt's keine Punkte. Ostern tust du auf alle Fälle rein. Ja, irgendwann muss man mal rausziehen. Trottel. Das hört sich jetzt so angeboten, du mir leid. Trottel ey. So. Spinntest, wenn's leer ist. Wenn was leer ist. Wenn leer ist. Nö, kann so drinnen bleiben. Mein Gott, ist schön gemütlich, schön warm. Irgendwann zieht er sich schon zusammen. Leute. Wer jetzt nicht sagen, wenn die Trottel dabei ist, dann sind das nicht immer bei den Pekken. Immer von Video zu Video. Ich rate mich bloß an das Furious Fists, ne? Oh, das war eh lecker. Guckt euch an, klickt mal auf die Playlist von meinen Openings. Guckt euch schon mal die Online-Openings an von Furious Fists. Kauft euch schon mal irgendwas zum Ölen. Also, ich muss sagen, da sind wir ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen an dem Tag. Wir waren auch eingeölt, da rutscht man eben ein bisschen her. Alter. So. Ah, so. Schweine-Nase. Bulla-Dünn. Zacken-Nase. Das war übrigens Fletiamo. Achso. Genau. Glaub ich. Standu. Paras. Dodo. Nebulak. Entschuldigung. Vielleicht verwirrt gerade. Reverse... Ne, Kölner-Traster, genau. Und ein Xernias in Holo. Ui. Das ist immer insicher. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man die englischen Karten hat und dann die deutschen Namen sagen muss, das ist total verwirrend. Das ist echt schön. Wie hab ich denn jetzt? Also auch ein bisschen komisch denn aktuell. Witzens. Was? Geht's, 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 geht's. Mach gut, Sabrina ist 8, das ist aber halt billig kläglich, ne? Ich kann so bleiben. Ich hab da nichts dagegen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder beim letzten Display Opening Video. Und ich hoffe, dass bis dahin schon meine Elite Trainer Box da ist, denn ansonsten wird es dumm. Und ansonsten, wie gesagt, guckt bei Trox vorbei für Tin Box Openings und sehr, sehr viele andere Sachen. Bestellte Sachen bei G2Games kann ich wieder bloß empfehlen. Ihr seht ja, was da Gutes drin ist. Und das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschau. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.